Wenn Ihr Kostenträger Ihre Reha- und Ihre Wunschklinik grundsätzlich genehmigt hat, aber von Ihnen ein Mehrkostenverlangen fordert, dann können Sie mich auch gerne anrufen. Wir schauen uns das an und dieses Mehrkostenverlangen ist nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt, zum Beispiel dann, wenn die Klinik nicht medizinisch geeignet ist oder es keine besonderen Gründe für die Klinik gibt.